Warum die mobilen Schwestern? Weil wir mit helfenden Händen, Erfahrung, Einfühlungsvermögen, Geduld und Herzlichkeit gerne für sie da sind und dort pflegen, wo sich Menschen wohl und geborgen fühlen. In ihrem Zuhause und in unserer Tagespflege. Mit Empathie und Leidenschaft übernehmen unsere Pflegekräfte die Versorgung für Betroffene und Angehörige, insbesondere die Pflege und Betreuung von Demenzpatienten. Unsere speziell ausgebildeten Gerontop-psychiatrischen Fachkräfte in der Tagespflege sowie unser Fachpersonal im ambulanten Pflegedienst garantieren eine bestmögliche Versorgung. Denn nicht immer ist es die Zeit, die Wunden heilt. Darum die mobilen Schwestern.